herzlichen glückwunsch an alle leute mit geburtstag haben und herzlich willkommen ich bin heute mal wieder free firebacks ich probiere es irgendwie hat mein computer bisschen ladeprobleme ich bin schon seit einer stunde an laden des spiels naja 55 minuten oder sagen wir mal 50 minuten genau zu sagen also ich probiere es zu spielen aber betreuer und danach cs viel spaß okay wir sind im flugzeug magna aus für den absprung aber es scheint so es läuft alles ich weiß jetzt wieso nicht seit letzter woche irgendwie andauer probleme mit dem internet obwohl ich langsam glaube dass es nicht am internet liegt sondern irgendwie an meinem computer dann machen so schnelle spiele wie dies hier ist eigentlich gar kein spaß bei mich arena geht es noch es war auch manchmal ziemlich schnell aber also klassischen shooter wie der hier ist es doch ein bisschen schlimmer wenn da ein bisschen was rum lenkt ok ich warte auf das erste signal vom computer spiel so wie immer nichts einsammeln nur also ich probiere nichts einzusammeln nur das wo der computer sagt einsammeln und wenn ich eine waffe habe dann werde ich es auch nicht auswechseln ich probiere probiere mit jeder waffen kill zu machen wenn ich dann habe wenn ich überhaupt eine kriege und leute die ich kille darf ich natürlich auch looten ja jetzt sind schon meine waffen fertig mich ich 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 Das war's für heute. 3 3 4 4 5 6 1 1 1 2 1 Geht's dahinten rüber. Nach unten. Draußen, unten. Was hier natürlich noch so einsammeln darf, sind Pilze und halt diese Gold, wie nennt man diese? Wadra kill! Dominating! Okay. So, nochmal. Wie nennt man diese Goldtürme? Gold. Na ja, auf jeden Fall diese Dinger darf ich hier einsammeln. Alles, mir führt jetzt noch ein Katana Kill. Katana Kill fehlt mir. Und ein Kill mit dem Granatwerfer. Was sich wahrscheinlich als am schwierigsten herausstellen wird. Was sich wahrscheinlich als am schwierigsten herausstellen wird. Oh, ich hab das eingesammelt. Oh, ich hab das eingesammelt. So. Katana Kill. Nein! Katana Kill. Oh. Mal ein Rührte nochmal hier. Weh, bist du schaust. naja, war gerade nur ein bisschen Spielerei, ne? Hat man ja gesehen. Der Granatwerf hat mich gekillt. Okay, wir gehen weiter in die nächste Runde und das ist Platz 20. Oh, wie schlecht. Platz 20, nächste Runde CS. Viel Spaß. Okay, und die Runde CS geht los. Na ja, ich kann... Okay, jetzt geht was. Jetzt geht was. Erstmal Hussi und Pilz futtern. Und mit der Pistole loslaufen. Aber erstmal hier hoch. Gute Arbeit. Da hinten läuft einer. Und mit der Pistole loslaufen. Schade, 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 schade. Okay, schauen wir weiter. Wir haben es ja knapp überlebt. Ich nehme jetzt weiter die Rüstung. Ich nehme hier drei Pilze. Kann einer noch einen Pilz essen? Dann schaue ich mal nach, ob einer was weggeschmissen hat. Hat keiner was. Mensch. Hier gibt es Ressourcen. Sorry, da kommen wir nicht mehr in. Oh. Oh. So, ein Mist. Ich habe immer noch kein Gewehr. Ach, Mensch. Dann muss ich mir jetzt was kaufen hier. Was haben wir denn schönes hier? Ah. Die MP5, die mag ich. Aber ich glaube, ich nehme erst die... Klingfisch... Fischisch nicht. Da, bitte. Wieder einer. Was macht der denn da? Das ist ja schon mal so umgebracht. Das wird sich wahrscheinlich gleich selber umbringen. Oh. Ich habe nur ein Kill gemacht. Oh. Hat der andere alles gemacht? Oh. 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 1st Blut 1st Blut 1st Blut 1st Blut 1st Blut Die anderen Bains sind zu gut 1st Blut 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 die runde war ja richtig schnell gerade nur am fängern spielen wahrscheinlich egal ich würde mal sagen ich war nur der drittbeste aus unserem team und allgemein auch gut dann würde ich sagen das war's für heute ich sage jetzt dankeschön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr dabei seid bis habt euch viel spaß auf Wiedersehen tschüss 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 tschüss